Noi, Mann! Und wir sollten auch nicht ungeduldig sein. Wir können uns ja mal in Deutschland fragen, wie lange wir gebraucht haben, um aus den katastrophalen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges zukunftsweisende Schlüsse zu ziehen und die dann auch umzusetzen. Das hat in Europa mehr als ein Jahrzehnt gebraucht. Warum sollte es hier schneller gehen? Es gibt ein paar Worte, besonders mit der Präparation der Wähler in ein paar Wochen. Und wir müssen sicher, dass es kein Risiko für diejenigen, die die demokratischen Werte und demokratischen Werte representieren. Ist die da reingebaut worden? Nein, so stört. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.